Wie viele von euch wollen ein E-Book oder ein Taschenbuch schreiben, um sich damit als Expertin zu etablieren oder einfach ihren Gedanken ein Format geben, ihre Stimme ein Format geben, um damit auch rund um die Uhr, also 24-7 auf Amazon, ein Buch laufen zu haben. Sozusagen ein Verkäufer, der nie krank wird, der nie Urlaub will, der immer für dich verkauft, denn du verdienst von jedem deiner verkauften E-Books oder Taschenbücher Tandiemen. Das ist sozusagen die Provision und das sprechen wir heute alles durch. Du erfährst in den nächsten 45 Minuten, wie auch ich mein erstes E-Book und Taschenbuch geschrieben habe, wie das leicht ist und wer es leicht haben will, der schreibt mal in den Chat leicht und wer es ganz leicht haben will, schreibt ganz leicht. Ich zeige dir auch so in etwa oder erkläre dir, wie ich das Cover gemacht habe, wie der Prozess ungefähr war. Das erkläre ich dir alles vom Anmelden und Hochladen und zeige dir, wie es wirklich einfach ist. Und wenn du darauf Lust hast, dann schreib nochmal her damit, dann starten wir. Ich gehe dazu jetzt mal auf meinen Bildschirm und zeige dir als erstes mal mein E-Book. Ach, hier sind wir jetzt auch so sehen in der Gruppe. Warte, hier müssen wir nochmal raus. Hier wollen wir nicht rein. Ich zeige dir mal die Vorlage, die ich schon für dich vorbereitet habe und auf der du dein E-Book und dein Taschenbuch schreiben wirst. Diese Vorlage dient dazu, dass du schon mal in etwa siehst, wie dein Taschenbuch aussieht oder dein E-Book. Und dass du dich daran so ein bisschen orientieren kannst und hier einfach nur deine Texte, deine Überschriften einträgst. Und ein E-Book, das reicht schon, wenn das 30 oder 40 oder 80 Seiten hat. Für ein schönes Taschenbuch solltest du schon ungefähr auf 100 Seiten kommen, damit du auch einen schönen Rücken hast. Ja, und hier siehst du schon mal 46 Seiten. Die sind schon mal für dich vorbereitet. Da trägst du einfach dein Buch ein. Und jetzt zeige ich dir auch gleich, hier ist Amazon. Kannst du Amazon sehen? Nee, ne? Nee. Das wird noch. Dann gehen wir hier nochmal raus. Ich glaube, das liegt da dran, weil ich mit dem Handy schaue. Okay. So, jetzt zeige ich euch das E-Book, was ich als erstes geschrieben habe. Du siehst es hier als Taschenbuch und hier als E-Book. Und wenn man jetzt hier reingeht, hat man den, das nennt man Teaser. Das ist also der Text, der auch auf meinem Buch hinten draufsteht. Ja, das ist das Taschenbuch. Juhu ist ein echtes Buch mit 155 Seiten. Und das muss man eben nur fertig schreiben in dem Word-Dokument, auf Amazon hochladen, den Teaser dazu, noch ein bisschen die Nische dazu schreiben und dann ist es auch schon drinnen. Dazwischen sind noch ein paar Prozesse, das zeige ich euch gleich. Wichtig ist eben nur, dass du auf Amazon KDP ein Konto anlegst und dass du dein Buch schreibst, dass du ein Cover hast, deinen Teaser hast und es hier hochlädst. Das ist so im, grob gesagt, sind diese drei Schritte. Wir haben das letzte Mal im Juli mit 15 Frauen unsere ersten E-Books geschrieben, weil ich es nicht alleine machen wollte. Weil ich das Gefühl hatte, alleine erzähle ich immer noch, ich will ein Buch schreiben, ich will ein Buch schreiben. Vielleicht kennst du das auch, dass du schon lange überlegst, ja, ich könnte ja mal, aber jetzt sind gerade Schule, jetzt sind gerade Ferien, jetzt ist gerade Corona, jetzt ist gerade Terrassenumbau. Es ist immer irgendwas und man schreibt nicht. Und deswegen hatte ich mich im Juli 2019 committed, gesagt, kommt ihr Lieben, wir starten alle zusammen im September. Und dann haben wir am 24. Dezember alle unser E-Book und Taschenbuch. Und das hat geklappt, gemeinsam in dieser Gruppe. Und ich zeige dir jetzt mal unsere Facebook-Gruppe, in der wir das geschrieben haben. Ah nee, halt, das ist eine falsche Gruppe. Nochmal rausgehen. Erstmal suchen, hier ist die Gruppe. Nochmal freigeben, hier ist die Gruppe. Das ist unsere Amazon E-Book-Coaching-Gruppe. Wenn du in das Buch nicht alleine schreiben möchtest und dich für Lernvideos und Hilfestellung entscheidest, landest du in meiner Coaching-Gruppe. Und da findest du unter Dateien die ganzen Vorlagen. Alles, was du benötigst zum Teaser, zum Cover-Beispiele, bekommst ein Handout und ganz viele dieser Vorlagen. Und gemeinsam treffen wir uns am Donnerstag 20 Uhr über einen Zoom-Call und können eben gemeinsam das absprechen, was bis nächste Woche gemacht wird. Und alle, die auch in dieser Gruppe beteiligt sind, unterstützen sich gegenseitig und kaufen sich auch zum Schluss das E-Book gegenseitig für 99 Cent ab, damit du schon mal ein gutes Ranking hast und dadurch auch die Chance hast auf einen Bestseller-Rang. Genau, und so sah das ungefähr aus. Das ist unsere Coaching-Gruppe. Du kannst es aber auch alleine schaffen, das ist auch kein Problem. Zuzüglich zu der Coaching-Gruppe gibt es noch ein Google Classroom, wo auch noch mal alle 10 oder 12 Lernvideos hinterlegt sind, damit du Schritt für Schritt zu Hause alles auch alleine machen kannst. Was ist das Wichtigste am E-Book oder am Taschenbuch? Dein Cover. Und das Cover, das habe ich mit dem Format Kennbar gemacht. Wer von euch kennt Kennbar, damit kann man auch, sehe ich schon die Handzeichen, damit kannst du auch deine Facebook-Beiträge machen. Also wer online aktiv ist, kennt sowieso Kennbar. Und das Wichtigste ist eben wirklich dein Cover. Das sind Covers, die wir auch gestaltet haben für andere E-Books. Das war auch ein Bestseller-E-Book. Das war auch ein Bestseller-E-Book. Denn das Cover ist das, was dem Amazon-Nutzer als erstes auffällt, plus dein Titel und dem Untertitel. Das ist schon mal das Wichtigste. Der Inhalt ist auch wichtig, aber den sieht der Kunde ja erst, wenn er gekauft hat. Also für den Entscheidungsprozess ist Cover und Titel am wichtigsten. Und der Teaser, also hier deine Buchbeschreibung. Jetzt kommt es darauf an, warum willst du ein Buch schreiben? Schreib mal in den Chat, ob du das schreiben willst, weil du damit Geld verdienen willst oder weil du deinen Expertenstatus aufbauen magst, weil du vielleicht auf deine Homepage lenken möchtest oder auf dich aufmerksam machen willst oder in deine Facebook-Community einladen möchtest. Oder was gibt es noch für Gründe, warum du vielleicht ein E-Book schreiben magst? Die Annemarie schaut auch zu und die Marta schaut zu. Hallo ihr Lieben auf Facebook. Schreibt auch rein, warum du glaubst, dass du ein E-Book schreiben möchtest. Das ist nämlich ganz wichtig für deine Vorbildungsweise. Und wenn du schon einen Titel hast, dann schreib auch gerne schon deinen Titel in den Chat. Auch wenn du später zuschaust, ich schaue mir das an und kommentiere für dich. Denn das Wichtigste ist Cover und Titel. Und Titel können wir ja jetzt schon mal im Webinar abhaken. Oder schon mal anfangen. Und wenn du das nicht weißt, dann schreib einfach in den Chat, ob du schon eine Idee hast. Und wenn du keine hast, schreib rein noch keine, damit ich einfach Bescheid weiß. Noch kein Titel. Ja, gut. Ist das ein Titel, Ilka? Ich kann Gefühle besser in Worte schreiben? Nee. Okay. Gut. Dann schaue ich mal auf Facebook. Okay. Okay. Gut. Also. Du bastelst auf Canva dein Cover. Du hast einen Titel und du schreibst die Inhalte einfach auf Word. Ja. Wenn du das fertig geschrieben hast, dann kannst du es noch nicht so auf Amazon hochladen, sondern du musst es zum Formatieren entweder geben, gibst es jemanden ab, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Bücher zu formatieren. Oder du lernst es und formatierst selber. Das Formatieren ist jetzt wirklich ein Prozess gewesen, der nicht ganz so einfach war. Den habe ich auch lieber abgegeben und habe mein E-Book und mein Taschenbuch immer formatieren lassen. Dann kam das Formatiert zurück und dann konnte ich es auf Amazon hochladen und das war eigentlich schon alles. Für wen das jetzt einfach erscheint, der schreibt mal wirklich easy. Und wer sich jetzt vorstellen kann, dass er das auch machen kann, der schreibt auch mal rein, so, da mache ich auch ein E-Book. So mache ich auch ein E-Book. Wenn das so einfach ist, einfach nur anmelden auf KDP, einfach nur ein WIRT-Dokument schreiben, dann jemanden finden, der das formatiert, schönes Titel, Cover und hochladen, dann mache ich das auch. Und wer sich nicht vorstellen kann, dass er das alleine machen kann, für den habe ich heute ein Angebot oder sogar zwei, zwei unwiderstehliche Angebote. Denn ich möchte wieder Frauen mitnehmen, die auch der Welt etwas geben wollen, die auch anderen Menschen helfen wollen, die auch ihren Gedanken, ihre Stimme ein Buch schenken wollen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, dann lass uns gemeinsam jetzt in den nächsten, die nächsten Wochen, wo es eh so ruhig ist, nutzen und gemeinsam wieder ein E-Book schreiben. dieses Angebot, das wir gemeinsam schreiben, beinhaltet die ganzen Lernvideos, wie du Schritt für Schritt dich anmeldest, dass du die WIRT-Vorlage von mir bekommst, wie du das schreibst, wie du deinen, diesen Teaser machst, wie du es hochlädst. Da bekommst du alles in Form von Lernvideos und kannst es alleine ausarbeiten. Dazu habe ich mein Angebot heute, wenn du bis morgen 24 Uhr dich entscheidest und buchst für nur 300 Euro. Das ist ein absolutes Sonderangebot. Wenn du zusätzlich eine Begleitung möchtest, dann begleite ich dich jeden Donnerstag über ein Zoom-Coaching, jeden Donnerstag 20 Uhr. Du bekommst einen Mitgliederbereich, auch mit den Lernvideos, so wie auch in dem Angebot davor. Der Unterschied ist, ich lade dich auch zum Workshop Kundenmagnet ein, der zweimal im Jahr stattfindet, entweder jetzt im Mai oder im Oktober, wo du auch lernst, wie du mit dem E-Book deinen Verkaufstrichter ausbauen kannst, dass du wirklich mithilfe des E-Books deine Community aufbaust und immer mehr und mehr Buchung bekommst und sozusagen deinen Kundenmagnet aufstellst. Und wenn du dich bis morgen 24 Uhr entscheidest, gibt es noch einen Bonus von mir. Das ist mein Tagesstart, wo ich dich jeden Morgen 8.30 Uhr in die Energie bringe, mit der, aus der heraus du wirklich in Freude und Leichtigkeit dein E-Book schreiben kannst. Dass es dir total leicht fällt, jetzt ab morgen das Buch zu schreiben oder ab Montag, weil ich Montag bis Freitag immer live gehe. Genau, also ich fasse nochmal zusammen. Das Angebot ist, wer jetzt mit mir die Zeit nutzen möchte und auch ein Buch schreiben möchte, sind 300 Euro für den Mitgliederbereich, für das Erfolgsmindset und du bist drei bis fünf Monate in der Coaching-Gruppe. Für nur 300 Euro bekommst du alles, was du brauchst, inklusive der Motivation durch den Tagesstart. Und für 990 Euro bekommst du das Zoom-Coaching plus die Cover-Gestaltung für das E-Book und Taschenbuch, also zwei Cover, Taschenbuch und E-Book und die Formatierung. Für 990 Euro bekommst du das rund um Sorglos-Paket. Das Coaching, du kannst immer Fragen stellen und bekommst Cover und Formatierung. Wer das jetzt toll findet, der kann mal reinschreiben, finde ich toll. Wer noch Fragen hat, stellt mir einfach seine Fragen, weil dass ich jetzt so schnell bin, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die Annemarie schreibt auch, sie sitzt durch Zufall rein. Genau, ich hoffe, die Frage habe ich schon beantwortet, liebe Annemarie. Ich habe es nicht bei Amazon formatieren lassen, sondern bei einer Freiberuflerin, die sich darauf spezialisiert hat, die ganz schnell ist und E-Books und Taschenbücher schnell formatiert, an die wir das weitergeben. Das Formatieren und das Cover ist in dem Rundum-Sorglos-Paket inklusive für 990 Euro. Wenn du dich bis morgen entscheidest, ist dabei noch der Workshop ein ganzer Tag Kundenmagnet, der hat alleine einen Wert von 499 Euro plus das Morgen-Mindset, das hat einen Wert von 330 Euro für fünf Monate. damit ich dich auch richtig motivieren kann, mitziehen kann, betreuen kann und du wirklich ein tolles E-Book hast mit Bestseller, mit besten Bestseller-Voraussetzungen, weil wir uns in der Gruppe gegenseitig wieder das E-Book in der Promotion-Phase abkaufen. Wenn du dich jetzt fragst, was ist die Promotion-Phase, das lernst du alles im E-Book-Coaching. Ich überlege mal, ob ich euch noch was zeigen kann, weil das jetzt so ganz schnell ging. Anne-Marie schreibt von Expertenstatus, Juhu, das finde ich auch immer toll. Wer nicht selber schreiben will, bekommt von mir eine Ghostwriterin gestellt, die du aber zusätzlich bezahlst. Also Ghostwriterin ist nicht da, inklusive und Rechtschreibkontrolle, also Lektorin, Lektoriat ist nicht inklusive, stelle ich dir aber gerne Kontakte her. In dem Rundum-Sorglos-Paket hast du das Cover und die Formatierung. Bei Rechtschreibung kann man notfalls Freunden, Verwandten, Bekannten oder der Mama geben. Bei mir kontrolliert gerade meine Mama in Trüsten das aktuelle E-Book, das Taschenbuch, was jetzt bald rauskommt. Zum Thema Dank der universellen Gesetze Krisen meistern. Also du hast immer einen Haupttitel, das heißt Bewusstsein und dann der Untertitel Dank der universellen Gesetze alle Krisen meistern. Bei meinem ersten Buch war der Haupttitel Selbstständig und dann der Untertitel Wie du als Frau dein Traumleben in Unabhängigkeit, Freude und Freiheit erschaffst. Wie genau auch du deinen Titel formatierst, dabei unterstütze ich dich komplett in diesem E-Book-Coaching. Da waren wir das letzte Mal über 15 Frauen und alle haben bestätigt, dank der Gruppe haben sie durchgehalten. Dank der Gruppe haben sie weitergemacht. Dank der Zoom-Coachings wurden sie immer wieder motiviert. Dank der Zoom-Coachings haben sie Lust dran zu bleiben. Dank der Facebook-Gruppe haben sie sich gegenseitig Impulse gegeben. Dank meines Coachings haben sie Ideen bekommen. Weil ich sage dir natürlich auch ganz viele Tricks, wie es ganz schnell geht, die ich jetzt hier nicht verrate, wie du mit einer Sache, die dich nur 10 Minuten Zeit kostet, zum Beispiel 10 Seiten produzieren kannst, nennen wir es mal so. Das sind aber Dinge, also ich erzähle dir dann viele Sachen, wie du es dir erleichtern kannst, dass du nicht alles alleine schreiben musst und dass du auch nicht einen Ghostwriter dafür brauchst. Denn ich bin eine von denen, die sich immer alles ganz leicht macht und easy. Genau, jetzt schaue ich mal, ob wir noch Fragen haben. Wenn ihr Fragen habt, ihr Lieben, dann schreibt dir die bitte in den Chat. Auf Facebook sind keine Fragen. Heiko ist noch dazu gekommen. Hallo Heiko, ich bin schon fast fertig mit meinem Aufzeigen des E-Books. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne noch in den Chat. Prima, dann poste ich euch noch den Link zu dem heutigen unwiderstehlichen Angebot. Das habe ich wirklich vorhin erst noch freigeschalten. und das steht bis zum 24.03.24 Uhr. Danach fällt das Angebot für die 300 Euro wieder raus. Genau, und wenn du Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Du findest mich auf Facebook, auf Xing. Und dann helfe ich dir gerne auch einfach so mit einer Antwort, auch wenn du nicht im Coaching bist, aber ich freue mich natürlich über alle, die im Coaching sind.